Hier, kannst du ein bisschen Kacke haben, bitteschön. Nee, Kacke will ich nicht. Doch, hier, nimm meine Kacke. Ich werfe mit Kacke. Das find ich's nice. Ein Servo kannst du auch haben. So. Ach, das brauch ich auch nicht mehr. Komm, weg damit. Hallihallo, meine lieben Bizzocker und Bizzockerinnen. Und herzlich willkommen zur nächsten Folge Aquarian Skies Mietekraft Skysolated. Hier bei dem guten Kinzi. Wo ist er denn? Da, steht er. Da. Na? Wink da, mag ich aus Pudekum. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hallo. Ich bin hier oben bei dem heißen Teil. No. So ein heißes Teil. Oh yeah, baby. Yeah, baby. Oh yeah, lecker. Mmh, supergeil. Ihhh. So, jetzt mach ich das Scheiße. Ich hab Fischeier gefunden. Okay. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Die sind jetzt 5. Wo ist ein Chance? 130 Fischeier. Aber was kannst du damit machen? Kaviar. Mmh, nö. Jede Menge Fäden bekomme ich jetzt, aber ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube, dafür brauche ich einen Fisch. Nö, nicht Fisch, sondern Fisch. Ähm, ähm, was gibt's denn da noch? Fisch Sorter. Sporn Silber Fisch. Ähm. Fisch Tank. Es gibt da sowas wie ein Fisch Inkubator oder so heißt das Ding noch. Kein Plan. Oder heißt es nur Inkubator? In... Ku... Inkubator Top, Inkubator Base. Jetzt funktioniert es auf einmal. Keine Ahnung. Ach, ist wieder voll. Was mache ich jetzt mit den ganzen Kabels da? Ich könnte mich damit nicht raus. Mach's einfach hier in die Kiste. Ne, die Kiste ist voll. Du hast doch noch Kisten. Gib mir mal Kisten. Ähm, wo hab ich die? Ja, hier. Wie viel brauchst du zwei? Ja. Ey. Das ist aber nett von dir. Ich geb dir was und du haust mich, ey. Ja, das war versehen. Affe! Ey, wo sind sie? Was, die Kisten? Jetzt läuft er weg. Ja, du hast sie wieder selber eingesammelt. Nein, hab ich gar nicht. Doch. Danke. Er ist noch ein Kabel. Ah, Mist. Too slow, bitch. Ich packe mal ein bisschen Kabel hier in die Kiste. Ja, ja. Ey, das... Was ist das? Sword of Splintering? Aha. Aha, aha, aha. Nein, bitte schlag mich nicht. Ich hab viel zu viel Schockkriege. Eigentlich heißt es Jockmini, Jockmini. Ich bin voll mit Schockkrieg. Okay. So, der ist auch... Oh, was kann ich denn noch? Stingrays. Mal gucken, ob ich die züchten kann. Ach, die haben schon wieder neue Wolle am Start hier. Walle, 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 Walle. Du kannst die anderen Tiere übrigens auch ein bisschen, wenn du sowieso da unten bist, zusammenführen. Soll ich sie ihrer Wolle berauben? Oh, yeah. Kann Stingmates... Stingrays kann ich auch weiterverarbeiten, also paaren lassen. Cool. Gucken, was da rauskommt. Wie sieht's aus mit dem Stil? Läuft, läuft. Zwar langsam, aber... Ach, Wolle. Irgendwann muss ja doch mal ein schwarzer Inksack rauskommen. Achso, ich erzähl euch mal, was ich hier überhaupt mache. Ich weiß nicht, vielleicht haben das einige schon gecheckt, aber ich versuche gerade, Wolle durch den Favorizer zu jagen, um einen Tintenbeutel zu bekommen. Das ist eine fünfprozentige Chance. Demnach könnte es ein wenig dauern. Aber immer wenn ich wieder zu den Schafen gehe, werden es ein paar mehr sein. Das ist das, was sie gesagt hat. Yay, es gibt noch mal Redstone. Redstone, yay! Wir schmeißen nur eine Redstone-Party. Yay, 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 yay. Dann halt nett. So, gießen wir noch mal ein bisschen Stahl. Wir könnten ja... Wir könnten ja... Wir könnten ja... Wir könnten ja... Wir könnten ja einen zweiten Pulverizer anschließen, der direkt den Gravel auch noch in Sand verwandelt. Warum? Dann haben wir wieder nur das eine. Das ist ja dann wieder Kacke. Ja, man könnte es ja so machen, dass man den ausschalten kann und dann... Das ist nur das... Dass er nur das eine nimmt. Wie regelt man das am besten? Oder mach du? Nee, kann man... Hm. Ach. Ich gehe ein paar Monster schlachten, während ich darauf warte, dass ich die Schafe wieder füttern kann. Da hüpft ja noch ein bisschen was rum. Das muss geschlachtet werden. Oh, das war jetzt unvorteilhaft, das mit einer solchen Stimme zu sagen. Hm. So, teilt euch, teilt euch. Habt ihr gut gemacht, ihr Schleimbolzen. Ein großer Schleimbolzen. Und kleine Schleimbolzen und eine Maus, die einfach tierisch laut ist. Klick, 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 klick. Warum... Warum gehen hier eigentlich die ganzen... äh, den Carpenter und so... Warum funktioniert das alles nicht? Wieso funktioniert der nicht? Der hat letztes Mal noch funktioniert. Ja, aber die haben alle keine Energie. Oh. Ja, dann ist es... Licht ist an dem dauerhaft laufenden Pulverizer, der nach und nach alles da raus saugt. Hm, das wage ich zu zweifeln. Das nehme ich aber an, dass es ist. Dass es das ist. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Soll ich nochmal den Crucible aus dem ME-System holen oder wo auch immer er ist? Vielleicht ist er auch in meiner Dreckkiste. Nee. Weil der... Cobblestone-Generator, der macht genug für... Ähm, zwei Crucible. Okay. Irgendwo habe ich noch einen Crucible. Ähm... Ich glaube, in der Sludgekiste. Ja, hier ist auch noch ein Netherrack hier oben. In der Output-Chest für... von Pulverizer. Ach, schade, Feuerzeug ist nicht immer. Wenn Sie es hier machen, hast du ein Feuerzeug? Ach, das ist... Hm, warte, ich guck gleich. Netherrack habe ich schon. Guck gleich. Äh, was wollte ich denn jetzt holen? Ah ja, genau. Ein Energy Convert. Wo habe ich den gelassen? Ich hatte doch einen gemacht, einen über. Hast du jetzt hier die Redstone-Kunden jetzt rausgeholt? Äh, ne, Leadstone. Nein. Leadstone, na, da sind wir ja. Wenn man den richtigen Namen eingibt, dann findet auch was. So etwas würde ich nie tun. Was hast du gebraucht? Feuerzeug? Nee, habe ich keins hier. Ach, da ist er gelandet. Wieso habe ich sie denn da reingemacht? Da ist auch noch ein Quarz-French drin. Ach, du Quarz-French. Pneumatik-Servus, haben wir hier noch einen Fluid-Dux. Packe ich mal gleich ins ME-System, wenn ich wieder hingehe. Was sagtest du, Feuerzeug hast du? Oder was oder wie oder wo? Nee, habe ich keins. Brauche ich ein Eisen. Und einen Feuerstein. So. Packen wir das mal nochmal da rein. Da ist doch bestimmt auch noch Eisen drin. Nee. Brauchst du Eisen? Ein Eisen. Ja, fürs Feuerzeug halt, ne? Ah, okay. Guck mal, was aus diesen Stingrays rauskommt. Hast du Eisen dabei? Oh, Poison Droplets. Ich habe Eisen dabei, ja. Kannst du mir einen zuwerfen? Ja, warte. Guck mal, was ich mit diesem... Boah, Impurity Upgrade. Keine Ahnung, was das alles ist. Jetzt ertrink ich. Ich bin vergiftet. Wieso? Durch das Wasser? Jetzt nicht. Ich hau dich nochmal mit dem Heu. Ich habe gerade irgendwie... Sehr merkwürdig. Na ja. Hier brauchst du eins. Einen. Ich will ja nur ein Feuerzeug machen. Das war trotzdem gerade merkwürdig. Hast du es? Oder habe ich es wieder aufgesangelt? Ja, ich habe es. Alles gut. So, Netherrack. Crucible. Fluid Docks. Item Docks brauche ich auch immer. Fluid Docks brauche ich. Gibt es da eine Möglichkeit, das elegant zu verwenden? Bitte. Hier ist alles elegant. Ich könnte da hinbauen. Wir haben einen Unclaimed Reward. Auch wieder die Zombie West. Jetzt habe ich kein... Yay! Ich habe ein halbes Herz. Doch, da ist er. Crucible. Sehr gut. Ich muss gleich wieder zu meinen Schafen. Ich habe auch... Ich muss gleich niesen. Ah, habe ich schon. Okay. Kratz. Dann ist ja alles gut. Wo ist das K? Wo ist das K? Wo ist das K? Sondern hier ist das schon immer. Hier ist das die Leitung. Ja, sehr gut. Dann baue ich da... Speealizer, Treealizer. Da mache ich erstmal den Kram weg. Speealizer. Da ist er doch. Hier mal Tin. Zwei Glasspanen. Zwei Redstone. Das ist ja easy. Ja, gut. Ist dann halt so. Und ein bisschen Wasser. Wird halt ein bisschen eng hier. Irgendwie hier die Zeit sinnvoll nutzen. Hier nix mehr. Nein, gut. Machst du denn noch drei Lissen? Du machst Unfug. Nur Unfug. Oh, brauche ich dann. Wah. Ganz einfach machen wir so. Na, kommst du woher? Dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. So. Und dann müssen wir da aber noch... Hä? Woher bekommt der eigentlich sein Redstone-Signal, dass der abführt? Hast du einen Po... Iiii, dass er abführt? Ja, dass er abführt. Ekelhaft. Ekelhaft. Der hat keinen Redstone-Signal. Hä? Glasspanen. Wie hast du das denn? Oh, haben wir hier sogar noch welche? Eins, zwei, drei, vier. Was habe ich wie gemacht? Mit dem ersten Blue Shield, den du angeschlossen hast. Der hat ein... Ja, der führt ab. Ohne Redstone-Signal. Oder ist da ein... Oder ist da ein Pneumatik-Servo drin? Da ist ein... Fluid-Filter drin. Hä? Was drehst du denn da? Von den Leitungen hier. Am Crouchable. Was ist hier das? Ja, äh... Wenn du in den Fluid-Dukt ein Servo reinmachst, dann ist da ein Fluid-Filter drin. Was soll denn sonst da drin sein? Ein Item-Filter. Nein, der führt automatisch ab. Ja, weil ein, äh... Weil ein Servo drin ist. Ja, macht meiner aber nicht mit Servo. Ja, dann hast du Kacke gebaut. Oder muss ich den erst einmal wieder aus- und anschalten? Was willst du denn machen? Ich will, dass er abführt. Warum hast du jetzt den einen ausgemacht? Mach mal nochmal an. Der ist nicht aus. Da ist doch kein Servo drin. Doch. Ah, doch. Okay. So, jetzt geht's doch. Hä? Wie hast du das gemacht? Na, Augen auf beim Eierlauf. Wie hast du das gemacht? Du musst das Ding auch anschalten. Wie schaltest du den an? Indem du auf, äh, Redstone-Signal, äh... Oh, wie, Billo. Ja, genau. Du weißt anscheinend, was ich meinen konnte. Oh Gott. Ja, ganz komisch. So einfach. Ja gut, äh, Servo in ME-System. Warum ruckelt es hier? Oh, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Wo ist mein Saft? Dann isst du was. Hast du was? Ich hab immer noch das Hungerproblem. Ganz seltsam. Da kann doch irgendwas nicht passieren. Stranke. Ja, aber ich hab ja jetzt genügend mehr an, theoretisch. Nein, nein, nein. Das kommt, nein. Wenn ich doch falsch. Die Harvester-Kisten nicht volllaufen. Brauch ein Redstone. Hast du noch ein Redstone? Nope. Hm. Ich geh Schafe füttern. Okay. Und Scheren. Das packe ich mal lieber alles in. Nein, das brauche ich jetzt ganz viel Saft. Das kommt, oder haben ein paar Zäune im ME-System kommen auch gut. Packe ich gleich rein. Wolle im ME-System kommt auch gut. Cobblestone, eigentlich unsinnig. Limestone zur Sicherheit. Das goldene Luster kommt da hin. Sir. Eigentlich wollte ich mich ein bisschen mit Towncraft beschäftigen, aber jetzt werde ich wieder aufgehalten, weil ich keine Tinte habe. Oh. Kohleproduktion ist anscheinend fertig. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche noch Düst. Kannst du da mal weggehen, Schäfchen? Mäh. Alter, du hast hier einfach offenes Feuer gemacht. Das finde ich nicht gut. Magst du es nicht? Das ist doch kein Haus. Nein. Das ist gefährlich. Ist da irgendwo was Brennungs? Und ich gehe mir jetzt im Ofen einen Redstone holen. Das hier geht mir auf die Nüsse. Leicht sonst ein Cover davor? Das sieht so auch nix. Ich wollte schon nur ein bisschen doof anmachen. Hat ja auch geklappt. Prenner. Ey. Was? Das ist einfach Prenner zu mir da. Hä? Oh. Da war ja doch ein Gruschebill drüber. Muss nicht sein. Achso. Der macht schon wieder alles kaputt. Ich weiß es doch. Alles kaputt. Ich muss mal kurz was regeln. Ja, ja, ja. Siehst du, hat alles kaputt gemacht. Da auch's noch. So. War das Rezept doch anders? Die, äh, Leiser. Wie ging denn der? Tin, Tin, Redstone, Diamant. Ah, das Ganze muss ein Carpenter gemacht werden. Okay. Madonn, kann ich das ja Land versören. Was ist er einmal? Was ist er einmal? Habe ich keinen mehr. Was ist denn mein... Äh, ja. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Da in dem... In meinem Sack. Im dicken Sack. Nicht? Ach da. Äh, Bucket. Zack. Vielen Dank. Wie komm ich da jetzt? Auf zum Carpentermobil. Ha, ha, ha. Who you call? Carpenter. Oh nein. Was ist denn hier für eine Scheiße drin? Was? Ich muss mal kurz Feuer legen. Alles voller Kacke. Warte, wo ist denn da? Zack, zack, zack. Komm mal in den Torcaten. Warum ist das Ding voller Seed Oil? Ähm, weil ich Seed Oil da drin gemacht habe. Ganz einfach. Im Carpentermobil kann man doch kein Seed Oil machen. Du kannst es nur benutzen. Ach so. Ja. Ähm. Aber es ist da wohl raus. Weil du einfach wieder alles im Überfluss gemacht hast. Nee, nee, nee. Vielleicht. Was hast du getan? Seed Oil ist voll schwer herzustellen. Ja, mit der Seed Oil. Ja, warum machst du denn dann so viel? Soll ich lieber einen neuen Carpenter herstellen oder was? Äh. Ja. Hä? Ach, der hat auch keinen Saft hier. Nee, ja, jawohl. Hä? Wieso arbeitest du... Hast du jetzt die Glasspanes eingesammelt? Das funktioniert doch alles. Das habe ich doch schon längst gemacht. Nee, das Squeezer läuft nicht. Die Glasspanes eingesammelt. Hallo. Ja. Glasspanes. Schrei doch nicht so rum. Zwei Tück. Ja, dann antworte mir doch einfach. Ja, aber warum geht denn der Squeezer nicht? Was geht denn da dran nicht? Er squeezt nicht. Hast du den Diamant auch eingesammelt? Ja, was schmeißt du mir denn die ganzen Sachen dazu? Hier, kannst du ein bisschen Kacke haben. Bitteschön. Nee, Kacke will ich nicht. Doch, hier, nimm meine Kacke. Ich werfe mit Kacke. Das fändiges Neues. Ein Servo kannst du auch haben. Oh. Ja, noch ein bisschen Wind. Du es. Ach, das brauche ich auch nicht mehr. Komm, weg damit. Wenn du was, was ich loswerden will. Oh, hier, ne. Tausch kannst du auch noch haben. Ich glaube, ich brauche mehr Wasser für den Bialyzer. Kann das sein? Hä? Oh. Brauche ich auch noch zwei Eimer Wasser, ey. Willst du mich verarschen? Kinsey? Ja. Ich schmeiße die ganze Scheiße jetzt von der Plattform. Kannst du mal nicht machen. Egal, ob du den Servo brauchst oder nicht. Nee, brauche ich nicht. Ich habe noch zwei, danke. Schmacko. Seed Oil auch, ne? Seed Oil? Was? Nein, Seed Oil? Ach. Ich habe alles runtergeschmissen. Gut, ich mache jetzt eh die Towncraft Mod, aber es wäre Verschwendung. Na komm, hoch mit dir. Hm, noch ein bisschen Wasser holen. Aber wir hätten noch diesen Cruiser Bill mit anschließen können. Na, egal. Ich weiß sowieso nicht, was du da machst. Ich mache noch mehr Lava. Du musst hier irgendwie rum ohne, ja, brauchen wir aber gar nicht. Ich habe das Ganze einfach nur umkonfiguriert, damit es anders läuft. Und jetzt geht's. Ach, bestimmt ist mein Lava-Cruiser Bill der wirkliche Grund, warum es geht. Ja, genau. Hast vorher mal auf die Energie vom Carpenter und den anderen Sachen geguckt. War voll. Ja, Squeezer ist auch voll, macht aber nichts. Dann liegt es aber nicht an der Energie. Nee, soll ich den einfach einmal wegnehmen und wieder hinsetzen? Weil? Weil das beim Harvester auch immer funktioniert hat. Was hast du denn für ein Problem mit dem Ding? Ja, der arbeitet einfach nicht. Was willst du machen? Ja, nur die Gewissheit haben, dass ich irgendwann mit dem Bienen-Mod wieder weiter machen kann. Das kann ich bei mir nicht sehen. Ich muss kurz rot drücken. Ah, ja, sehr gut. Passiert aber nichts. Requires energy. Did you know this machine requires energy? Ja, gut. Ich bin der Owner. Oh, restricted access. Private. Kann ich auch machen. Na, share it. Nee, er macht nichts. Ja, komm, ich mach's einmal weg. Ist ja egal. Ich nehm kurz nur die Dinger rein. Ah, was ist das? Ja, bin ich mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Wahrscheinlich eher nett. Ah, wird schon laufen. Und es funktioniert. Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen. Ja, guck doch. Kann ja, ich bin am Craften. So, eben ans ME-System. Drecklos werden. Entschuldige, Rohstoffe. Sag mal, lag das bei dir auch so ein bisschen? Nee. Ich tritt auf den Knopf bei der Tür und da passiert nichts. Vielleicht, weil die Tür dich für verdammt blöd hält. Halt die Gorschen. So wie ich auch gerade. Halt die Gorschen. Du bist aber heute besonders angriffslustig. Ja. Hattest du Stress auf der Arbeit? Nö, wie immer. Mit der Freundin vielleicht? Nö, wie immer. Ähm, mit den Eltern? Was weiß ich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die treiben. Eltern? Was sind Eltern? El-Tan. Ach, du wurdest aus... Ich wurde ausgesetzt, genau. Du wurdest in einer Schleimpfütze geboren. Ja, du nicht? Evolutionär gesehen sind wir das alle. Volle weg. So, und mein guter Kind, ich sag's jetzt mal nicht gerne, aber... Ah, die Folge ist schon wieder so weit. Es ist wieder so weit. Nein. Wir werden jetzt noch mein Jetpack aufladen und dann die Upmod machen. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Also, zack, 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 der Jetpack ist voll. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Einschalten und, äh, ja, schalte auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn, äh, die Startproduktion weitergeht, die Bienen gezüchtet werden, die Fische gezüchtet werden und keine Ahnung, was ich noch alles mach. Also, äh... Schafe werden auch gezüchtet. Oh, und wir züchten uns vielleicht auch gegenseitig. Züchtigen, ja, wir züchtigen uns, ja. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.